Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bald ist das EG, das heute noch ein klein wenig verändert wird, ein Jahr in Kraft. Und ich muss feststellen, die Energiepolitik der Regierung ist ziellos, strategielos und schädlich für die erneuerbaren Energien, die eine der Branchen mit den größten Potenzialen ist. Die Erneuerbaren haben große Möglichkeiten, Potenziale für unseren Arbeitsmarkt. Und das geht aus einer Studie des Wirtschaftsministeriums hervor, die aber unter Verschluss gehalten wird. Wir haben schriftlich nachgefragt, warum veröffentlichen Sie diese Studie nicht? Wollen Sie der Öffentlichkeit nicht sagen, welch großartiger Jobmotor die Erneuerbaren sein könnten? Und ich sage sein könnten, denn natürlich wird sich das nicht automatisch einstellen. Die Bundesregierung müsste dann schon die richtige Politik machen, die die Erneuerbaren auch da voranbringt, so wie es irgendwann einmal eigentlich in Aussicht gestellt hat und in Sonntagsreden ja immer wieder behauptet wird. Doch was bisher gelaufen ist, bringt den Jobmotor erneuerbare Energien eben nicht zum Laufen, sondern zum Stottern. Diese Politik macht ihn vielleicht sogar kaputt. So wie ein Motor ohne Kolb, ohne Öl, Kolbenfresser ist dann angesagt. Denn was macht diese Bundesregierung mit den Erneuerbaren? Und jetzt deklinieren wir es mal durch. Die Bioenergie wird komplett platt gemacht. Die Photovoltaik erreicht ihr Ausbauziel. Nicht bleibt ein Viertel unterhalb der Zubaurate. Die PV-Ausschreibungen funktionieren nicht, weil sie mit durchschnittlich 9,17 Cent teurer sind als die Förderung bislang. Und natürlich ist auch die Bürgerenergie draußen geblieben. Und über KWK redet man ja sicher auch morgen. Die wollen Sie jetzt auch noch platt machen. Und was macht diese Bundesregierung mit den Industrierabatten, die sie ursprünglich mal einschränken wollte. Und das muss man ja immer wieder sagen. Vor der Bundestagswahl war das ja so, um die Belastung für die privaten Haushalte zu reduzieren. Sie macht das Gegenteil dessen, was sie behauptet hat. Die Industrierabatten wurden ausgeweitet und werden es noch, auch mit dieser heutigen Gesetzesänderung. Die 5 Milliarden Euro Industrierabatten kommen Unternehmen zugute, die vor allem glaubwürdig behaupten können, im internationalen Wettbewerb zu stehen. Und in einem Merkblatt der BAFA ist zu lesen, die Wettbewerbsfähigkeit in der Bundesrepublik Deutschland ansässiger Unternehmen auf den internationalen Märkten wird durch eine Vielzahl von zum Teil nur schwer objektiv messbaren Einflussfaktoren bestimmt. Ich entnehme erst dieser verschwurbelnden Formulierung. Wer es schlau anstellt, wird natürlich immer nachweisen können, dass ein Unternehmen im internationalen Wettbewerb steht. Die Industrierabatte sorgen außerdem dafür, dass Effizienz sich nicht lohnt. Und das wird mir aus der Praxis berichtet, zum Beispiel aus einer Gießerei in Bayern. Und weil der Betrieb sonst zu wenig verbrauchen würde, um als stromintensiv zu gelten, da nützt auch die Pflicht eines Umweltmanagementsystems nicht, sparen die eben keinen Strom mehr ein, weil sie sonst wesentlich mehr bezahlen würden. Und das ist auch bestätigt. Und ich sage Ihnen, hier wird Verschwendung belohnt. Und ich halte das eigentlich für pervers, denn die wollen es eigentlich auch. Und der wesentliche Kern des Erfolgs des EEG war ja die Investitionssicherheit. Und das sagen uns alle Möglichen immer wieder, das wissen Sie auch. Und die Bundesregierung hat es geschafft, eine wachstumswillige und fähige Branche tief zu verunsichern und setzt damit die Tendenz der Vorgängerregierung fort. Und ich halte das einfach für traurig. Also das ist eine Kolbenfresserpolitik. Und der Jobmotor erneuerbare Energien stottert. Und ich sage Ihnen, machen Sie da endlich was, bevor es zu spät ist. Und natürlich müssen wir auch über Arbeitsplätze reden, über den Strukturwandel. Der Kollege der SPD hat es angesprochen. Dann lassen Sie uns jetzt endlich diese Debatten ernsthaft führen und nicht, wie es passiert, immer weiter den Vorschlag, den Gabriel gemacht hat, zu verwässern. Dankeschön. Nächster Redner ist Dr. Andreas Lenz, CDU-CSU-Fraktion.